Musik 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 Hendrik? Bist du das? Musst du mich mitten in der Nacht? Diesen Werk hier in Wiedefeld hochjagen, ich meine, da ist es stockdunkel draußen. Muss das wirklich sein? Bist du dir sicher, dass du ihn wirklich hier verstecken willst? Ich meine, hier? Ja, da bin ich sicher. Genau hier. Ich schwöre dir, niemand vermutet hier den Mann. Ja. 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 Wir haben uns auf dem Weg von Hollerwissen raus. Ein Gehmer und seine Liebes-Tier brennt die Welt dort hin. Auf diesen Störtchen kommst du an den Nissen. Eltern gehen spazieren, Kinder laufen dort zum Klick. Alle lieben Hollerwissen, warte und warte hierher. Was ist das Lied von Hollerwissen? Hey, hier ist es schön. Denn hier kann man immer wieder tolle Tiere sehen. Auf diesen Weg und stört hier oben eine kleine Maus. Komm, wir machen uns auf dem Weg von Hollerwissen raus. So, ihr zwei alten Männer. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, bei welchem Tier ihr den Brachen verstecken wollt. Äh, du hast mich überzeugt, das ist wirklich der Ort, wo niemand den da noch vermutet. Also, wo willst du ihn verstecken? Pass auf, äh, jetzt, jetzt leg ich noch, jetzt setz ich noch einen drauf. Na, ich bin ja mal selbst. Ich sag dir, also, hier in diesem ultimativen Park, da... Niemand, ja. Also, ich hab's nicht verstanden, ja. Was? In der Fledermark? Ja, ey, also... So, der ist jetzt gut versteckt, wir müssen schnell in die Männerstraße 2 in die Hallerien rennen. In die Männerstraße! Ja, das kommt schnell, wir müssen... Ihr erinnert sich, wir haben sie nicht hier gestellt. Danke schön! Gott kleinzisch! Vielen Dank.